... oder sind wir nur eine Gefahr, die erst sonst der Abfahrtsnutzung hat? Danke! Jetzt kommt da so ein Wasserwerfer oder was? Da kommt jetzt einer von den Grünen angefahren. Boah, was ist das denn? Das ist ein Raumfahrzeug, glaube ich. Da hinten, der nächste Grüne fährt auch los. Ja. Ja, da hatte ich die Feuerwehr angerufen und dann rufen sie uns da an. Ihr habt Angst! Ihr habt Angst! Ihr habt Angst! Was war denn, indem ich diese Motur auffahre? Ihr habt alle Angst! Schenkt euch, was ihr tun wollt! Ja, ihr kommt mit Bagger! Ja, ihr kommt mit Bagger! Schenkt euch! Schenkt euch! Schenkt euch! Schenkt euch! Erklär deine Lügen! Welche Gefahr geht von uns aus? Erklär deine Lügen! Ihr habt Angst! Ihr habt Angst! Deshalb diese Aktion! Deshalb diese Aktion! Ihr solltet euch schämen, mit Bagger und Patzer herzukommen! Schenkt euch! Schenkt euch! Ihr solltet euch schämen! Schenkt euch! Schenkt euch! Das sind Zelte! Keine Aktion! Schenkt euch! Schenkt euch! Schenkt euch! Schenkt euch! wird doch hoffend nach Luft gehen! Schenkt euch! Soo zum Wort melden und vielleicht mal sagen, ob sie uns als Gefahr sehen oder nicht. Jetzt reden wir mal von allgemeinen Behörden drum zu hören, ob sie uns als Gefahr erleden oder nicht. Nein, 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 nein. Das ist das. Das meint ich hören. Geht wieder nach Hause! Das hat doch keinen Sinn! Das ist uns, wir werden einfach die Grundrechte entzogen. Das ist gegen das Gesetz, was ihr habt, von eurer Seite aus. Das ist gegen die Menschlichkeit! Und gegen das Gesetz, ihr seid nicht nur wichtig, als Gesetz seiten. Was ist ein 3D-Handy? Ja. Wo auch warst du, was gibt es? Nein, kein Handy, eine Kamera. Achso, ich denke schon, boah. Nein, nein, eine Kamera. Aber ich nutze das 3D nicht. Ich will normale und... Schämt euch für das, was ihr tun wollt! Ihr macht nicht nur uns kaputt, sondern auch euch!